Yoga für die sexuelle Gesundheit des Mannes, eine ganzheitliche Erkundung Beim Yoga geht es nicht nur um Flexibilität oder inneren Frieden, es ist ein integratives System, das darauf ausgerichtet ist, jeden Aspekt der menschlichen Gesundheit, einschließlich des sexuellen Wohlbefindens, ganzheitlich zu verbessern. Die sexuelle Gesundheit des Mannes spielt eine zentrale Rolle für die Gesamtvitalität und umfasst mehr als nur die Fortpflanzungsfunktionen, sondern auch physische, hormonelle, emotionale und psychologische Komponenten, die die Vitalität insgesamt beeinflussen. Analyse der sexuellen Gesundheit von Männern der Kern der sexuellen Gesundheit des Mannes ist Erektions- und Fortpflanzungsfunktion, hormonelles Gleichgewicht Libido oder sexuelles Verlangen und Fruchtbarkeitsfaktoren sexuelle Aktivität kann mit zahlreichen Emotionalen und psychologischen Belastungen einhergehen, die sich auf die sexuelle Gesundheit auswirken, wie zum Beispiel Psychischer Stress, Bewegungsmangel, unausgewogene Ernährung, Hormonschwankungen und psychische Probleme Die allesamt das vollständige sexuelle Wohlbefinden beeinträchtigen Die Vorteile von Yoga zur Förderung der sexuellen Gesundheit von Männern Körperliche Vorteile von Yogastellungen Die Yogastellungen können die Durchblutung des Beckenbereichs erhöhen, Was zur Linderung von Erektionsstörungen beitragen kann und Ausdauer Kraft und Flexibilität steigert alles drei wesentliche Faktoren für das sexuelle Wohlbefinden Hormonelle Regulierung Yoga kann dazu beitragen, den Testosteronspiegel auszugleichen Ein wichtiges Hormon, das sowohl für die Libido als auch für die Spermienproduktion notwendig ist Mentale und emotionale Vorteile, die Meditations- und Achtsamkeitskomponenten des Yoga helfen Stress, Ängste und Depressionen abzubauen Faktoren Die ansonsten die sexuelle Gesundheit beeinträchtigen könnten Es gibt spezielle Yoga-Praktiken für die sexuelle Gesundheit von Männern Asanas Körperhaltungen sind Hashimodanasana sitzende Vorwärtsbeuge, Badakunasana gebundene Winkelstellung Adamatsundrasana halbe Wirbelsäulendrehung, Kantharasana Schulterstand Halasana Pflugstellung, Ashwini Mudra Pferdegebärde, Ananda Balasana Happy Baby Pose Pran-Iramatentechniken sind, Nadi-Shotana Wechselatmung mit den Nasenlöchern Bastrika Blasebalgatmung, Mudras und Bante Schlösser und Ziegel Valroli Mudra, Wurzelschloss Mola Banta Meditative Einsichten Sexuelle Energie kann eine außergewöhnliche Kraft sein Wenn man sich ihr Potenzial durch Meditation zunutze macht Kann sie für mehr Vitalität und spirituelle Entwicklung genutzt werden Praktiken wie die Kakra Meditation mit Schwerpunkt auf dem Swathistan Sakral Kakra können helfen Die sexuelle Energie auszugleichen und zu regulieren Um eine angenehme sexuelle Lebenserfahrung zu gewährleisten Integrieren Sie Yoga in Ihr tägliches Leben Wenn Sie Yoga in Ihr tägliches Leben integrieren Können Sie erhebliche Vorteile erfahren, konsequentes Üben, selbst kurze tägliche Sitzungen können Mit der Zeit spürbare Veränderungen bewirken Fachkundige Anleitung Anfänger sollten von einem erfahrenen Yoga-Lehrer angeleitet werden Um die beste Haltung und Technik zu erlernen Achtsames Engagement Wenn Sie während Ihrer Praxis präsent sind Können Sie die Vorteile des Yoga in alle Bereiche Ihres Lebens einbringen Auch in die sexuelle Gesundheit Vielen Dank fürs Zuschauen Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Blog Sie finden den Link in der Beschreibung unten Vergessen Sie nicht, uns zu mögen, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren Damit Sie keine Updates zu unseren neuesten Inhalten verpassen Namaskar, Hari Om und bis zum nächsten Mal